Hallo Rapidler! Nach der Saison ist vor der Saison. Und das Ziel ist klar. Wir wollen die grün-weißen Sehnsüchte und Träume erfüllen. Wir versprechen heute, wir werden noch härter arbeiten. Wir werden noch mehr kämpfen. Wir werden alles geben. Wir wissen, der Anspruch ist hoch. Rapid will immer gewinnen. Das wird nicht leicht, aber mit eurer Unterstützung ist alles möglich. Gemeinsam geht's weiter. Wir sind Rapid und du gehörst zu uns. Hol dir jetzt dein Abo. Wir brauchen deine Unterstützung. Danke! Ich glaube, es geht's überboard.